Ich bin so enttäuscht vom Papst Michael Mayer, Journalist und Theologe. Welcome to the German Spill and Paraphyro. Wenn ein Journalist etwas von der Machtkirche erwartet, ist er dann noch ein Journalist? Wenn ein Theologe Kirche von oben nach unten denkt, ist er dann noch ein Christ? In der deutschsprachigen Welt gibt es dafür einen Fachbegriff. Peter Handke, Publikumsbeschimpfung. Inszeniert sich Michael Mayer gerade als ganz, ganz grossen Anarcho-Pazifisten, der Papst der Enttäuschungen, erschienen im Herder Verlag und heute Abend hier in Hottingen diskutiert. Im Namen des Erkes, der Wut und des Heiligen Zorn, es geht hin und in Unruhe.